Mit vertrauten Gesichtern an seiner Seite fühlt man sich hier wie zu Hause. Naja, beinahe wie zu Hause. Manchmal vergesse ich fast, dass Alan und Garnet zwei verschiedene Personen sind. Nachdem die beiden in Fort Bragg angekommen waren, sah man sie immer nur zu zweit. Selbst nach dem ganzen Chaos beim Absprung haben sie es noch geschafft, zusammenzubleiben. Woran ist er gestorben? Bestimmt nicht an Altersschwäche. Warum lassen die ihn hier liegen? Wurde die Stadt nicht eingenommen? Ich werde das Gefühl nicht los, dass Fucaville nicht unter unserer Kontrolle ist. Wright, du verdirbst mir die gute Laune. Wie lautet der Plan? Ja, der Plan lautet, wir gehen jetzt mal den Pfeilen lang. Und willkommen zurück bei Brother in Arms. Ich habe endlich eine neue Tastatur. Ich habe mich für die RockCat entschieden. Die RockCat ist Q. Aus dem einfachen Grund, ich habe den Rest schon von Rocket oder Razor. Und ich fand die vom Handling und so weiter, fand ich die mit am schicksten. Oh, da geht es schon wieder gut los. Geht nur mal da hin. Ah, die gehören uns jetzt alle, oder? Ne, nicht ganz. Hm. Ähm, genau. Also die, vor allem, mir habe ich vom Handling am besten gefallen. Und das Preis-Leistungs-Felden ist einfach, ähm, unschlagbar. Also bei 80 Euro für eine hochwertige Gaming-Tastatur ist das schon top. Ich komme hier nicht lang. Gott, wie soll das los? Okay, jetzt wird es ja doch ein bisschen undurchsichtig. Das gucken wir uns noch lieber an. Also ich stehe schon ganz günstig, aber die anderen... Jut, wir haben da Speed-Deppen. Ähm. Da sind die anderen beiden. Und da hinten das Team. Ich hoffe, die anderen bleiben da, wenn ich die jetzt rufe. Ah, nein. So wie es aussieht, gönnen die anderen ein Team. Das macht es ein bisschen ungünstig. Also die mache ich auf jeden Fall weg jetzt erstmal. Da stehe ich schon ganz günstig. Ähm. Die hinten machen mir Sorgen. Wo war ich sie denn jetzt? Hier. Hm. Ne. Und viel, ich kriege mal schnell. Komm schon. Den habe ich, oder? Bewegung, darüber, Feind unter Beschuss nehmen. Sperrfeuer. Roger. Ach, er ist nach Land. Geht über die Flanke. Granate los. So, und die anderen waren auch hinten. Ach, so ein Zeppen. Nee, das verliere ich. Wo ist denn der? Das sind die, ist klar. Na, die anzeige, die wir nicht an. Schade, schade. Verteilt euch! Nee. Oh, wie drück ich gerade die ganz falsche Taste hier irgendwie. Äh. Nee. Jetzt ziehe ich die hier in Stelle. Na los, Bewegung! Los! Und dann, die da beschießen, dann kann ich vielleicht doch in die Flanke fallen, obwohl ich fast tot bin, ey. Sperrfeuer! Macht, George! Genau, dann kann ich nämlich hinten rumlaufen. Feuer! 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 Ach, verdammt, vieler Verschöster hier. Weiterfeuern! Jetzt natürlich die Neu-Taste-Dubes ungewohnt. Oh. 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 Na, den hab ich doch gut getroffen. Und den treffe ich doch auch. Jo. Ein Weg und das MG herum. Dritte Gruppe, bei mir sammeln! Los geht's! Wie ist die Magazine hab ich noch? Sieben. Ne. Oh fuck, Baker ist auch fast tot. Hinten um die Häuser rum. Dann schauen wir mal. Zu viel angeschlagene Person ist natürlich jetzt nicht schön. Aber irgendwie muss man da jetzt durch. Hm. Lässt er ganz hinten lang rum? Na, ist doch richtig so. Ne, da ist natürlich zu. Och. Wie soll noch die Bohnen hier lang glitschen? Naja, das Spiel ist schon ein paar Jahre alt, ne? Da darf man sowas auch verzeihen. Da war ich unvorsichtig. Halt Glück, hat er kurz vorher gespeichert. Also. Tja. Wenn man weiß, wenn die getriggert werden, ist das doch ganz einfach. So, die wird dann alles dichter. Die hab ich. Der ist erledigt! Sehr gut. Das war natürlich wieder voll Terminator mäßig, aber. Sehr gut. Oh. Das war so klar. Den roten Punkt hab ich noch gesehen. Also, hier nochmal. Gut. Hier war keiner. Hier rechts waren sie. Und gleich die Granate. Ich die da gegenwerfe. Und jetzt vorsichtig. Jetzt hab ich natürlich keine Granaten mehr. Aber. Das hab ich schon gesehen. Ach, da sind sie auch nochmal welche. Hier bleibt mal schön alle da. Hier könnt ihr beschießen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist wieder fast gewesen, ey. Oh Mann, oh Mann. Den treff ich nicht! Aber vielleicht ich. Der ist das weg. Wir werden alle... Und hier noch einer? Nee. Stürmen! Versucht es über die Flanken! Sehr gut. Das war ja schon alles ganz knapp. Na, ich würde es nicht hoffen. Denkt dran, sie nach Zigaretten zu durchsuchen! Alle zu mir! Bewegung! Ich glaube, die alle Zigaretten mit hatten damals im zweiten Wettkrieg. Das ist nicht so eine Sache. Sehr schön, das wurde gespeichert. Na, der geht schon wieder los. Ach. Das Problem ist halt, wenn einer von unseren Leuten drauf geht, dann... haben wir trotzdem verloren. Wir haben ja nichts mit Flanke. Oder? Doch. Ganz hinten rum. Ähm. So, dann schnell, 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 schnell. Und wir laufen hinten rum. Ach, stimmt. Hier links waren ja auch noch welche. Die würde ich da als erstes machen. Boah, knapp. Jetzt muss ich aber ganz dringend eine andere Waffe nehmen. Ist hier noch einer? Pläner, die MP4, das wäre natürlich noch geiler. Kann ich hier aber die Browning mitnehmen? Vorsicht! Wie, jetzt Vorsicht! Ach, über den Friedhof, da. Äh... Und dass die Einzigen sind, soll mich das jetzt nicht stören. Macht's sehr vorsichtig. Da sehe ich schon den ersten Kopf. Nee, aah, Kollege weg! Und den, der Ener. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Jungs. Sollen wir die Kirche jetzt auch noch säubern? Komm, der letzte. Ach ja. Top. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Okay, die Kirche verteidigen. Das ist wieder sehr interessant. Hier kommen sie auch von rechts. Ah, okay. Zweiseitig. Ich glaube, im späteren Teil konnte man die auch besetzen, die MG. Das ist ein bisschen schade, ich wollte ja lieber woanders hingehen. Wo ich den Zeitiger sehe, aber das ist okay. Oh, Mercer, Mercer, Mercer. Oh, wie war das denn das? Da hinten. Das ist so rumlaufen komplett. Also hier kommt der drin. Fuck. Da ist einer weg. Nee, scheiße. Oh, der ist gelaufen nur noch. Okay, das Spiel ist zum Glück noch nicht ganz vorbei. Alter, Schwede, jetzt knallt es ordentlich. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. So, solange die erstmal nicht ballern können, sollte man es auch kriegen, auf jeden Fall. So, nach, nach, nach. Mann, verfickt das krass. Ah, ich wusste es, ich wusste es. Im Kampf gefallen. Okay. Also versuchen wir es links rum. Und links, von links. Also ohne MG keine Möglichkeit. Wo laufen sie lang, wo laufen sie lang? Hier noch welche? Ne. Okay. Okay. Voll. Jetzt noch mal was passiert. Ich habe nämlich auch keinen Health mehr. Also wie wir gesehen haben, hier kommen wir nicht lang. Also müssen wir es links lang versuchen. Das ist meine Truppe. Ja. Das ist, das ist ein Gebiet, das sehr, sehr undurchsichtig. Okay, klar. Jetzt kommen wir hier nicht rüber. Hier. Hier. Los, los, los! Wir müssen über die Flanken an sie heran. Wir müssen über die Flanken an sie heran. Jetzt habe ich hier gerade eine MP gesehen. Die erwidern das Feuer! Wie weit sind die jetzt weg? Da hinten. Da die eben bloß mit dem Mörser schießen. Stürmen mit der MP4. Das ist schwer, ey. Wenn du keine Health hast. Sonst wäre es jetzt nicht so gut das Problem. Aber. Ah. Ich wusste es. Und noch einmal. Also, ihr geht daheim. Alle. Oh, jetzt kommen sie schon. Hier warte ich mal lieber ein Stück. Wenn die da hinten sind, dann sehe ich sie nicht. Da kommen die ersten von links. Langsam mache ich ja den Dreh raus. Okay. Ich denke, die Knarre verzieht halt auch ganz schön. Also, nur Salben schießen. Dann haben wir da mehr von. Oh, jetzt. Wir müssen über die Flanken an sie herein. So. Die kommen jetzt über die Flanke. Aber. Ich denke, ihr macht das. Jo. So. Jetzt hoffen wir bis das Tor aufgeht. Sammeln. Und jetzt hoffe ich mal, dass die uns nicht erwischen. Ah, Harzog schon wieder. Ah, es sind halt auch nicht die schnellsten. Okay. Jetzt davor. Dreh haben wir jetzt langsam raus. Ich nehme jetzt trotzdem die MP4. Das hat sich gar nicht so schlecht gemacht. Oh, Granate, Granate. Habt ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr. Komm. Ja, oder so. Ha. Ah. Boah. Meine Fresse. Ja. Alles klar. Aber wenn, dann alle. Und dieses Mal haben echt alle erlebt. Sehr gut. Bin da ein bisschen stolz, äh, auf mich. Nach den vielen Toten. So. Meck. Daumen. Wir sind gekommen, so schnell es ging. Unsere Jungs hier sind bei einem Gegenangriff getötet worden. Baker, hab mich in dir getäuscht. Ich hielt dich anfangs für einen schüchternen jungen Mann. Aber anscheinend bist du ein schüchterner junger Mann, der alles und jeden vor seiner Knarre umlegt. Ein bemerkenswerter Charakterzug. Ja, wir haben's geschafft. Herrlich. Ja, damit wende ich auch schon, äh, den Part. Wir kommen dann, glaub ich, zu Folge, äh, 5. Genau. Wir sehen uns gleich. Erstens, wir戴 euch.